Wichtig noch zu betonen ist, dass es in der Work-Life-Balance nicht nur darum geht, weniger zu machen oder mehr Pausen zu machen, sondern wenn du mal nichts machst und mit dem hatte ich sehr, sehr viele Probleme, kein schlechtes Gefühl dabei zu haben. Ich sitze heute mit Anna Doss, ihres Zeichen Influencerin, Mentaltrainerin, Ergotherapeutin. Richtig? Genau. Hallo Anna. Hallo. Ähnlich geschafft, alles rauszubringen. Ich folge hier schon länger und ich freue mich auf das Thema heute, weil ich denke, dass wir da unterschiedliche Ansätze haben, was dieses ganze mentale Thema angeht, dieses mentale Gesundheitsthema. Allein, weil ich kenne deinen Hintergrund noch nicht und ich freue mich darüber zu hören. Ich kenne meinen Hintergrund und alles, was ich heute auch wahrscheinlich von mir gebe, ist sehr auf mich und meine Bubble bezogen. Vor allem auch relativ auf die Kreativbranche, also ich kann das jetzt tatsächlich sicher vieles nicht vergleichen mit anderen Jobs wie Anwälten oder Bürojobs oder auch Nicht-Bürojobs wie irgendwelche Baustellenarbeiter oder so. Deswegen alles heute nur auf mich bezogen, auf das, was ich kenne, auf das, wo ich mich drin bewege und was ich durch meine Freunde kenne. Ja. Will ich nur als Disclaimer für alle, die zuhören, zuschauen, weil ich glaube, dass das relativ wichtig ist, zu erwähnen für alles, was heute gesagt wird. Ich glaube, es ist generell wichtig, sich bewusst zu sein, dass man immer seine eigene Realität hat und man kann es nur aus seiner eigenen Realität sehen und erzählen. Richtig. Kennen die anderen nicht. Voll. Genau, richtig. Viele machen es sicher den Fehler. Das ist sehr verallgemeinert und das kann man aber nicht. Man muss immer ein bisschen das große Ganze sehen. Richtig. Erzähl mir mal von deinem Hintergrund, weil wie gesagt, ich weiß, was du auf Instagram machst. Ich weiß auch, dass da in den letzten sechs bis neun Monaten oder so in die Richtung das ganze Thema noch viel stärker geworden ist, aufgrund deiner Ausbildung, die du noch gemacht hast. Erzähl gerne mal. Also ursprünglich bin ich nur Ergotherapeutin gewesen, also nicht nur, ist ein wunderschöner Beruf und habe mich dann in der Ergotherapie auch selbstständig gemacht. Instagram war ein bisschen etwas, was ich nebenbei gestartet habe, anfangs mit Mode. Hat mir auch irrsinnig Spaß gemacht. Ich liebe Mode noch nach wie vor. Ich liebe es noch, mich gut zu kleiden. Was ich als gut empfinde, was mir gefällt, mich damit auszudrücken. Aber ich habe dann relativ schnell bemerkt, dass es mir mehr gibt, wenn mir jemand schreibt, hey Anna, du hast mich zum Umdenken gebracht und nicht, hey Anna, ich habe diese Hose aufgrund von deinem Rabattcode gekauft. Dadurch, dass sich das bei mir dann auch sehr etabliert hat, diese ganze Persönlichkeitsentwicklung und ich, wenn ich nach meinen Freunden gehe, nach den Worten meiner Freunde, nach den Worten meiner Familie, mich wirklich um 360 Grad geändert habe. Ich sage lieber gewachsen dazu und ich bin einfach ein Freund von Authentizität und wenn sich bei mir viel tut, dann möchte ich das auch ausdrücken auf meinem Instagram-Account und nicht so tun, als wäre noch alles gleich. Deswegen ist es dann immer mehr in diese Richtung gegangen und das Interesse wurde immer größer, weswegen ich dann auch die Ausbildung zur Mentaltrainerin gemacht habe. Ich habe meinen Podcast gestartet, wo es auch um Persönlichkeitsentwicklung geht und so hat sich das dann eigentlich ergeben. Also der Hintergrund, warum ich mache, was ich mache, ist im Endeffekt in kurzen Sätzen gesagt, der, dass ich sehr viel in meinem Leben geändert habe, dass ich mich sehr geändert habe und dadurch aber auch gesehen habe, was alles möglich ist. Und ich einfach es jedem wünschen würde, das zu erkennen und auch zu erreichen, wenn man etwas ändern möchte. Sprich, hast du das aufgrund deiner Situation gemacht oder weil du gesehen hast, dass viele Leute den Bedarf haben, Dinge zu ändern, weil sie unzufrieden mit sich selber sind? Also kam das von außen oder quasi dann von innen? Das kam von innen und ich glaube, wenn es nicht von innen gekommen wäre, dann hätte ich es im Außen noch nicht erkannt. Also ich habe wirklich gemerkt, hey, du bist eigentlich sehr unzufrieden, du machst nicht das, was du sehr gerne machst, du hast keinen Sinn in dem, was du machst, du hast dieses berüchtigte Warum nicht und siehst die Welt eigentlich sehr negativ. Und es war dann wirklich dieser Moment, wo ich mir dachte, okay, du hast es jetzt über 20 Jahre lang so probiert, es klappt nicht, also probiere ich es jetzt anders. Und das hat dann geklappt und das war dann der Grund, warum ich immer mehr gesehen habe im Außen. Ich bin nicht die Person, die zu jedem rennt und die Welt verbessern möchte. Ich drücke das keinen rauf. Der, der das hören will, hört es auch und der, der das nicht hören will, hört es auch nicht. Aber ich habe einfach gesehen, wie ich war und ich hätte mir nie gedacht, dass sich das irgendwann ändert und es hat sich geändert und deswegen bin ich sehr positiv gestimmt, dass das auch jeder kann. Und ich weiß, dass es schön ist, ich weiß, wie man sich fühlt, ich weiß auch, wie man sich anders fühlt und ich wünsche es einfach jedem Menschen. Wir nehmen den Podcast ja relativ spät heute auf. Wie war dein Tag bis jetzt? Mein Tag bis jetzt hat sehr schön begonnen eigentlich. Ich habe irrsinnig lange geschlafen für meine Verhältnisse, weil ich eigentlich ein Mensch bin. Alles über acht werde ich ungeduldig. An dem könnte ich vielleicht auch arbeiten, aber ich lebe einfach gerne. Und wenn ich schlafe, erlebe ich den Tag nicht und ich mag das sehr gerne, wenn ich früh aufstehe und so viel wie möglich erlebe. Ansonsten, ja, lange schlafen. In meiner neuen Wohnung jetzt ist meine Routine, dass ich, nachdem ich meine, ich habe jetzt wieder gestartet mit zehn Minuten Meditation in der Früh, einfach um ein bisschen runterzukommen, dann mache ich mir einen Kaffee, lege mich nochmal ins Bett, dann gehe ich ans Handy und mache meine Postings, mache meine Mails, mache alles, was ich so zu tun habe, Podcast promoten. Heute ist Dienstag zufällig, 2S Day und dann bin ich aufgestanden, habe die Wohnung zusammengeräumt. Dann hatte ich einen Mentaltraining-Call, der was irrsinnig cool war, eine neue, die gekommen ist jetzt. Genau, dann bin ich zum Friseur, so wie du und dann bin ich hergefahren. Also eigentlich ein sehr, sehr entspannter Tag bisher, ja. Klingt echt entspannt, tust du dir leicht mit Fokussieren auf Dinge? Sprich, jetzt bist du ein relativ durchgeplanter Mensch oder sagst du, ich freestyler so ein bisschen und hoffe, dass sich alles irgendwie ausgeht? Ich bin ein sehr großer Freestyler. Also es ist immer so, kurz vor knapp meistens. An dem arbeite ich auch gerade, ein bisschen mehr fürs Zeitmanagement zu tun, weil es mir einfach vom Kopf her vieles erleichtert. Also ich bin irrsinnig gerne spontan, ich habe irrsinnig gerne keinen Plan. Das Einzige, was ich derzeit wirklich jede Woche plane, sind meine Calls, mein Mentaltraining und meine Patienten in der Ergotherapie. Aber ansonsten lasse ich gerne alles offen und alles, was ich über eine Woche plane, stresst mich, weil ich weiß, ich habe da einen fixen Termin, wo ich sein muss, obwohl ich nicht weiß, ob ich an diesem Tag überhaupt Lust habe. Und deswegen bin ich eher so sehr Freestyle unterwegs, würde ich sagen. Betrifft das private, persönliche Termine oder berufliche Termine? Alles, alles. Also ich bin da gerne sehr, sehr spontan. Wenn jetzt jemand fragt, hey, fliegen wir morgen nach L.A., dann sage ich wahrscheinlich ja. Also eher so, als wenn jemand fragen würde, fliegen wir im Mai nach L.A. Dann sage ich immer so, kann ich jetzt noch nicht sagen, das ist noch so weit weg. Gut, das wiederum verstehe ich. Ja, aber wenn du sagst, die Woche, dass du einen Termin hast, der dich dann schon stresst, glaube ich, relativ schwierig in unserem Job, oder nicht? Sich nicht stressen zu lassen, oder? Nein, dass ein Termin einen stresst grundsätzlich. Dass ein Termin einen stresst, ja, ja, schwierig. Deswegen versuche ich, sowohl am Zeitmanagement zu arbeiten, um mir diesen Stress zu nehmen, als auch nicht zu viel zu planen, um mir auch diesen Stress zu nehmen. Also das ist immer so ein bisschen an einem selber experimentieren, würde ich sagen, gerade in dem Beruf. True, ja, ich glaube, als Kreativer, da muss man ein bisschen geplante Freizeit auch reinmachen. Also geplante Spontanität nehmen wir es lieber so. Ja, ja. Das kenne ich absolut von mir. Und wie gehst du damit mit quasi Fokus im Generellen um? Sagst du, okay, du fokussierst dich kursfristig auf, das muss ich jetzt machen, das muss ich jetzt machen, und das will ich an mir ändern, oder sagst du, du siehst das große Ganze und sagst, du legst dir eine große Map aus und sagst, na klar, du sagst, du planst nicht bis Mai, aber schaust du dir das große Ganze an oder gehst du sehr punktuell fokussiert auf Dinge ein, egal beruflich oder privat? Also wenn ich etwas mache, wenn ich mir etwas vornehme, wenn ich etwas plane, dann bin ich sehr fokussiert. Und das kann ich gut, das kann ich mittlerweile gut, weil ich auch aufgehört habe, zu viel Multitasking zu machen, weil da verlernt man das einfach extrem, dass man fokussiert bleibt. Aber ich sehe auch das große Ganze, also es ist jetzt schwierig zu beantworten, wenn ich etwas mache, wenn ich, so wie wir jetzt hier sitzen, bin ich fokussiert, ich bin komplett im Moment und ich glaube, das ist so das Schlüsselwort. Wenn ich etwas mache, bin ich im Moment, weil ich nicht mit den Gedanken in der Zukunft sein möchte, nicht mit den Gedanken in der Vergangenheit sein möchte, weil da lebe ich einfach nicht. Da lebe ich irgendwo anders, was noch nicht existiert oder nicht mehr existiert. Und deswegen ist es mir wichtig, wenn wir jetzt da sitzen, dass ich nicht überlege, esse ich noch etwas, bevor ich zum Boxen fahre oder nicht, sondern ich sitze jetzt hier und wir reden miteinander und ich bin mit den Gedanken da und ich bin als komplettes Individuum hier. Also von dem her, im Moment bin ich fokussiert. Sehr löblich, sehr gut, danke dafür. Wie gehst du aber dann um mit, hast du oft das Gefühl, dass du vielleicht, wie heißt das, dieser klassische FOMO, so diese Fear of Missing Out, gerade als Influencer, wie sie sich ja oft einklern, hast du wahrscheinlich auch relativ dann Events und Termine, wo du hin musst? Ja, habe ich auch, wo ich hin muss, aber FOMO ist etwas, was bei mir absolut nicht mehr existiert, muss ich sagen. Also das kenne ich, das hatte ich, aber das, das, merke ich nicht mehr, das habe ich nicht mehr und ich habe, wenn ich das Gefühl habe, ich will, wohin gehen, dann gehe ich hin. Wenn ich nicht hingehen will, dann gehe ich nicht hin, weil ich nicht will, weil ich keine Lust habe, weil mir meine Bedürfnisse wichtig sind und dann sitze ich nicht zu Hause und denke mir, was machen die jetzt, was erleben die jetzt, wen sehen die dort, sondern ich wollte nicht und ich bin hier und ich bin happy damit, dass ich mich dafür entschieden habe, nicht hinzugehen. Ich glaube, FOMO ist tatsächlich in meinen Augen ein bisschen eine Trendsache, die aus Instagram irgendwie herausgeboren wurde, aus irgendeinem Grund, weil am Ende des Tages verpasst man halt tatsächlich echt nichts, weil wenn man eine Opportunity nicht wahrnimmt, kommt die nächste. Ja, absolut. Ich habe das auch das erste Mal im ersten Lockdown, glaube ich, gehört, dieses Wort. Ich glaube, ja, ich habe es davor schon gehört, aber das kam auf jeden Fall aus der Zeit irgendwie, komischerweise, weil wir waren alle zu Hause, das heißt, wir haben alle was verpasst oder nichts, also das verstehe ich nicht ganz. Das macht nicht wirklich Sinn. Komisches Timing. Wie gehst du damit, es gibt ja dieses Klassische, was auch gerade so ein richtiger Trend ist, unter Anführungszeichen zumindest sehe ich das als Trend an, also aus meiner Sichtweise, diese Work-Life-Balance. Da wir beide nochmal selbstständig sind, gehen wir das sicher auch nochmal anders um, als jemand, der angestellt ist. Aber wie stehst du so ein Thema grundsätzlich? Weil ich sehe bei dir wöchentlich, fragst du deine Community über gewisse Themen und veröffentlichst du dann auch Antworten zu diversen Fragen anonym. Und da kommt schon auch öfters mal, zumindest mir so rüber, dass das viele dieser Personen auch diesen Work-Life-Balance-Akt versuchen, hinzubekommen. Wie stehst du zu dem Thema grundsätzlich? Zum Thema grundsätzlich irrsinnig wichtig. Muss mich aber auch selber an der Nase nehmen, weil ich sehr schwer abschalten kann, aber auch sehr ungern abschalte. Weil, wie du sagst, wir sind selbstständig und ich liebe das, was ich tue. Und für mich stellt sich immer die Frage, warum sollte ich jetzt abschalten, wenn ich das machen könnte, was ich liebe, plus davon auch profitieren natürlich, weil irgendwo muss man auch Einkommen erschaffen. Also grundsätzlich sehr, sehr wichtig. Ich habe da auch sehr an mir arbeiten müssen, dass ich das schaffe. Und ich habe auch erkannt, je öfter du dir Pausen gönnst, wenn du sie auch brauchst, desto effizienter bist du danach. Also für mich war das immer so eine Logikfrage, naja, je mehr Pausen ich mache, desto weniger arbeite ich und desto weniger Erfolg werde ich haben. Im Endeffekt ist es so, diese Balance eben zu finden und in den Pausen wieder zu regenerieren, kreativ zu werden, um, wenn man dann wirklich wieder arbeitet, wieder 100% geben zu können. Anstatt durchgehend 70 bis 80%. Deswegen finde ich es wichtig, sehr, sehr wichtig. Ich finde aber, man kann sehr schnell in das eine oder das andere fallen. Man kann sehr schnell da reinfallen, zu sagen, ich gönne mir heute zwei Stunden für mich und morgen gönne ich mir zwei Stunden für mich und übermorgen, aber eigentlich möchte ich den Erfolg haben. Da geht die Rechnung nicht ganz auf. Es gibt aber auch die andere Extreme, zu sagen, keine Pausen, durchhasseln und nur wer, je mehr man macht, desto erfolgreicher ist man. So ist es zum Großteil auch nicht. Weil man macht dann sehr, sehr viel, aber nur zu 80%, weil man kann nicht immer 100% geben. 100% sind auch jeden Tag anders und irgendwann gibt es dann dieses Loch, wo man vielleicht ausbrennt und dann hat man eine sehr lange Pause, die nicht gewollt ist. Und ich glaube, das ist so ein bisschen der Unterschied zwischen dieser Work-Life-Balance, ob man die Pause wirklich gewollt macht, weil man sich das vornimmt und weil man sagt, okay, passt, und jetzt gönne ich mir diese Pause oder, boah, ich brauche eine Pause, ich kann nicht mehr. Interessant, weil ich habe da ein bisschen, weil du meintest von wegen, man kann nicht immer 80% geben oder man gibt immer nur 80% und nie halt 100%, weil man kann nicht nonstop 100% geben. Ich sehe das einen Ticken anders, bei mir zumindest, daher ich viele verschiedene Sachen mache. Das heißt, für mich ist meine Work-Life-Balance, was ist schon, ich könnte nicht mal definieren, was meine Work-Life-Balance per se ist, weil alles, was ich mache in meinem Life, ist auch genauso meine Work und umgekehrt. Für mich gibt es tatsächlich selbst wenn ich spazieren gehe raus, inspiriert mich irgendwas für irgendein Foto oder Video. Sprich, also für mich hört mein Kopf nicht auf zum Rennen, nur weil ich jetzt an meinem Sport bin oder sonst was. Tatsächlich ist sowas wie Sport oder meine Wohnung putzen, da funktioniert mein Kopf nochmal leichter und besser für kreative Sachen, weil ich nicht abgelenkt bin von aktiver, kreativer Arbeit. Dementsprechend arbeite ich halt auch ständig irgendwie meine 80 bis 100 Prozent, sage ich jetzt mal, weil ich so viele, mal ist ein Video, mal ist ein Foto, dann mache ich Grafikdesign, dann ist wieder Instagram, dann ist wieder sonst irgendwas, Kunde oder privates Projekt und somit wandert mein Kopf von Projekt zu Projekt, von Branche und Anführungszeichen von Thema zu Thema und es ist immer frisch und es ist nie das Halte. Ich glaube, wenn man auf einem Punkt sitzt und auf den die ganze Zeit einhämmert und bearbeitet und sowas, dann kann es, glaube ich, schnell zum Ausbrennen führen. Aber ich glaube, mein Mittel gegen Burnout ist, viele Sachen zu machen, was so absurd klingt, aber viele verschiedene Sachen. Das heißt, ich mache sehr viel, aber sehr viel Verschiedenes und ich switche immer zum Nächsten, bevor ich im Thema davor unter Anführungszeichen ausbrenne. Ja, das kann ich nachvollziehen und im Endeffekt ist es bei mir ja sehr ähnlich. Ich mache viele verschiedene Sachen. Jede Sache erfordert andere Energie, jede Sache erfordert andere Reize, andere Leistungen und wirklich nichts, nichts, nichts machen gibt es bei mir auch nicht, aber nicht, weil ich es mir nicht gönne, sondern weil ich nicht das starke Gefühl habe, dass ich es brauche. Und ich glaube, wichtig noch zu betonen ist, dass es in der Work-Life-Balance nicht nur darum geht, weniger zu machen oder mehr Pausen zu machen, sondern wenn du mal nichts machst und mit dem hatte ich sehr, sehr viele Probleme, kein schlechtes Gefühl dabei zu haben. Wenn ich mir mal eine Netflix-Folge ansehe, nicht mich selbst zu beschimpfen oder böse auf mich zu sein, weil ich jetzt eine Stunde lang nicht arbeite, sondern Netflix schaue oder Essen zu gehen mit Freunden, wobei da meistens auch wieder ein bisschen gebrainstormt wird, muss ich dazu sagen, aber dass man es kann, dass wenn eine Pause da ist, dass man sich die auch gönnt und das Problem hatte ich lange und ich gehe ja selber auch in den Coaching und da war eine meiner Hauptaufgaben vor einigen Monaten, anders setze ich auf die Couch und mache fünf Minuten nichts und ich habe glaube ich drei Monate gebraucht, bis ich das mal gemacht habe, weil ich da gesessen bin und mir dachte, warum? For what? Mir geht es nicht schlecht, ich will jetzt arbeiten, ich siehe fünf Minuten, also für was? Irgendwann habe ich es dann gemacht, ich habe es verstanden, ich habe es mir gegönnt, ich habe gelernt, wenn ich eine Pause habe, dann ist das völlig okay. Ich muss mich nicht schlecht fühlen, ich mache genug. Ich glaube, als Selbstständiger hat man oft das Gefühl, man arbeitet nicht viel, weil man ständig das macht, was man gerne macht. Das heißt, es ist wie ein, ich habe mal gesagt, es ist wie ein Riesenspielplatz. Da laufe ich schnell zur Rutsche, dann rutsche ich mal, dann laufe ich zur Schaukel, dann schaukele ich ein bisschen, dann klette ich da rauf. So fühlt es sich manchmal an, weil wie bei dir, verschiedene Sachen, die man macht, alles macht Spaß, dann will man da ein bisschen und dann da ein bisschen und am Endeffekt hat man das Gefühl, habe ich heute eigentlich gearbeitet? Aber ja, hat man und das vergisst man, glaube ich, schnell und deswegen ist es schwierig, sich Pausen dann zu gönnen, wenn mal eine Pause da ist, wenn man immer das Gefühl hat, ich mache ja nur das, was mir Spaß macht, was ja eigentlich vielleicht das Ziel sein sollte in einer Arbeit oder generell im Leben. Absolut. Ich habe noch zusätzlichen Vorteil, dass, wenn ich mich hinsetze und einen Film ansehe, das als Research hernehme und sage so, okay gut, wie ist der Kamerawinkel, wie ist das Licht und Tränen? Also Filme schauen ist tatsächlich für mich nochmal zusätzlich Arbeit und im entferntesten Sinne, aber es ist trotzdem nochmal ich lerne dann immer noch da mit dazu. Für mich war tatsächlich letztes Jahr das Motorradfahren, das ich neu dazu bekommen habe, tatsächlich, dass ich sage, okay gut, ich muss raus, ich kann nicht am Handy sein, wenn ich Motorrad fahre, ich kann nicht am Laptop sein, wenn ich am Motorrad sitze. Das ist tatsächlich, das ist tatsächlich die einzige Zeit, nicht wo ich abschalten kann komplett, weil ich denke dann trotzdem noch nach oder sehe irgendwas oder irgend so, aber ich sitze halt nicht am Laptop und mache irgendwas Aktives. Ja. Ich springe jetzt ein bisschen, ich wollte zwar eine andere Frage stellen, aber du hast das mit den Freunden erwähnt. Ich finde es nämlich super wichtig auch, dass wenn man die richtigen Freunde hat, die, ich weiß nicht wie deine Freunde ist, aber ich kenne ein paar Leute und die sind auch selbstständig und sind kreative und sind auch oft Influencer und sowas. Und bei mir sind auch alle selbstständig, sind auch alle in der Kreativbranche von auch Fotografen, Video, Musik, Werbung, Influencer, alles quer dabei. Und das ist ein sehr wichtiger Part, finde ich, um selbst weniger gestresst zu sein, weil du kannst mit deinen Freunden reden über Themen, die du beruflich vielleicht nicht weiterkommst. Wenn du Freunde hast, die nicht das machen, was du machst oder nicht verstehen, was du machst und du nicht austauschen kannst, dann bist du relativ schnell alleine und ich glaube, dann wird es auch alles wesentlich stressiger. Ja, absolut. Also man lest es eh so oft, dein Umfeld, deine fünf Menschen machen dich aus, beeinflussen dich am meisten, unterstreiche ich zu 100 Prozent, ist einfach so. Und deswegen bin ich unglaublich, ich bin so dankbar für mein Umfeld. Das ist das, was ich mir mit 12, 13, 14 gewünscht habe, wo ich dachte, da werde ich nie hinkommen, weil ich, nicht die Beliebteste war in der Klasse, nicht der Klassenclown, nicht das, was man sich vorstellt vielleicht, wie es optimal wäre, sondern ich war eher die, nicht wirklich zurechtgefunden, nicht wirklich gewusst, wo ich stehe, wer ich bin, nicht wohlgefühlt, keinen Selbstwert, keine feste Freundesgruppe, sondern immer da ein bisschen, da ein bisschen, nie wo zurechtgefunden eigentlich. Und jetzt habe ich genau das, was ich mir immer gewünscht hatte und ich bin so dankbar, weil, wie du sagst, man kann abschalten, man kann sich austauschen, man kann sich verstehen. Da gehört entweder dazu, Handy weg und nur eine Stunde quatschen. Es gehört auch genauso dazu. Beide sitzen am Handy und reden nichts miteinander, aber ich weiß schon, was die macht und sie weiß, was ich mache und keiner ist böse. Also man kann einfach sein und man muss sich nicht einstellen auf wen, umstellen, was auch okay ist. Man kann nicht immer mit jedem zu 100% das vielleicht machen, was man gerade machen will oder es versteht vielleicht nicht jeder, aber ich finde, das Wichtige ist, versuchen wir es zu verstehen, vielleicht auch zu erklären, also wenn ich jetzt noch, keine Ahnung, eine Werbung rausfahren muss, ob das jetzt ein Post, ein Reel oder eine Story ist und ich muss es jetzt machen und ich habe mich gerade mit wem getroffen, dann spreche ich es an und sage, es tut mir mega leid, ich muss das jetzt machen, ich beeile mich, ich habe schon alles vorbereitet. Ich hatte es noch nie, dass jemand sagt, finde ich jetzt nicht okay, sondern es versteht jeder. Ich glaube, es kommt auch immer darauf an, wie man es kommuniziert, aber ansonsten Umfeld, also absolut und ich habe auch ein Umfeld, wo mittlerweile, glaube ich, so ziemlich alle selbstständig sind. Das hat sich auch so entwickelt und das ist mega cool. Ich finde das auch richtig gut. Ich glaube auch, dass dieser Part von wegen Verständnis von Freunden, von wegen, wenn du sagst, du musst noch eine Story oder eine Werbung posten oder sonst was, dass das auch für Partnerschaften sehr, sehr streng gilt. Ja, weil als Kreativer, das klingt alles immer so nach easy life und super lustig und super fancy, aber es ist für Außenstehende relativ schwierig zu verstehen. Egal, ob es Partnerschaft ist oder Freundschaften sind oder Familie, ist es immer sehr schwierig, dieses kreative Thema nachzuvollziehen, was Arbeitszeiten angeht, die all over the place sind, was so Sachen mit Deadlines oder sowas angeht. Absolut, ja. Verstehe, ja. Hast du ab und zu Selbstzweifel an deiner Kreativität oder denkst du so, hey, ich bin doch nicht kreativ genug oder das hätte ich besser machen können oder zweifelst du oft an deiner Kreativität oder sagst du, nein, alles, was ich mache, ist geil und das Beste? Also ich ich zweifle nicht an meiner Kreativität, ich feiere, was ich mache, aber ich weiß und ich bin ein sehr selbstbestimmter Mensch und auch sehr selbstbewusst in Form von ich bin mir absolut bewusst, warum ich was wie mache und wenn ich etwas nicht gescheit mache, dann weiß ich es auch, ich weiß es vorher, ich weiß es nachher und deswegen bin ich dann auch nicht so, es hätte es jetzt gescheiter machen können, sondern du hast es also ausgesucht, kommt damit klar. Deswegen zweifeln an mir nicht, weil ich wie gesagt immer weiß, warum ich was wie mache, aber ich weiß immer, wenn ich etwas besser machen hätte können und dieses klassische Imposter-Syndrom habe ich genauso, dass ich mir manchmal denke, bist du echt so gut oder kannst du das wirklich so gut oder heuchelst du gerade? Also das habe ich sehr, sehr stark gehabt, wird auch immer weniger, aber das habe ich natürlich auch und ich glaube, das ist auch völlig normal, also hin und wieder Selbstzweifel zu haben ist völlig normal, aber dass ich jetzt mir wirklich denke, ich weiß nicht, ob das gut ist, dies, das, das habe ich absolut nicht, weil ich hinter dem stehen kann, was ich mache und ich bin aber absolut immer offen für Veränderung, für Verbesserung, für Wachstum, deswegen würde ich nie sagen, so wie ich es mache, ist es perfekt und ich bin die Beste, sondern ich sehe immer diese Luft nach oben. Das heißt, ich bin immer sehr, sehr offen für Wachstum, für Input, für Kritik, für alles, wodurch ich einfach wachsen kann. Zur Erklärung, Imposter-Syndrom ist, vor allem bei Kreativen, die Quereinsteiger sind, was du, glaube ich, auch bist, du warst auf keiner Kreativschule oder sowas, nein, nein, ich auch nicht und ich habe schon auch immer wieder das Ding natürlich, dass ich immer denke, hatte ich früher öfters als jetzt, aber dennoch habe ich immer wieder meine Phasen, wo ich sage, so, okay, ich meine, es gibt halt schon viele, die das besser machen oder nicht. Ich würde meine Arbeit super gerne mit anderen Augen sehen, kann ich aber nicht, weil ich kriege immer so gutes Feedback und selber sage ich so, nein, war es nicht. Aber ich glaube und ich bin dankbar dafür, eigentlich zum Teil, dass ich das habe und ich nehme es auch an, weil ich glaube, sobald du an den Punkt kommst, wo du keinen Zweifel hast an dem, was du machst, wo du nicht reflektierst, und wo du es nicht hinterfragst, bleibst du immer am selben Punkt und deswegen ist es glaube ich auch wichtig, dass man ein bisschen Imposter-Syndrom hat, wenn man es so nennen möchte oder dass man einfach sagt, ist es wirklich so gut oder könnte ich es noch besser machen? Was würdest du sagen, sind da die meisten Leute, die auf deinen Content reagieren oder die auch Fragen stellen etc. zu, gerade dem Thema Mental Health, sind das Großteils Leute, aus der Kreativbranche oder sind die angestellt, sind die selbstständig, was denkst du, wo da die meisten Anfragen kommen? Es ist auf jeden Fall bunt gemischt und natürlich Statistiken auf Instagram sehe ich ganz genau, wer mir folgt, es sind zum Großteil Frauen zwischen 25 und 34, aber ich glaube, zum Großteil studieren die meisten noch oder sind angestellt. Ich würde jetzt mal, wenn ich jetzt schätze, würde ich sagen, 60 bis 70 Prozent studieren oder sind angestellt und der Rest selbstständig. Unterscheiden sich die Fragestellungen bei den beiden Gruppen? Definitiv. Also ich sehe es gerade im Mentaltraining, da habe ich meistens Mädels, die angestellt sind oder studieren und ich habe jetzt erstmals einige, die selbstständig sind und da ist die Basis, sage ich mal, die Gesprächsbasis definitiv eine andere, was auch völlig verständlich ist, weil man einfach andere Probleme hat oder andere Issues oder andere Fragen. Also das merke ich auf jeden Fall. Ja, ich meine, das haben wir eingangs, habe ich das eh erwähnt, dass, wie gesagt, Sachen, die ich sehe, sind ja großteils aus der Umgebung, in der wir uns bewegen und nicht bei Angestellten, dass da Probleme anders sind. Aber ich denke mir auch, weil wir vor allem von den Anstellungen und Work-Life-Balance und Stuff, viele sehen immer noch, dass Angestellte sein halt ein sicherer Job ist, was Corona per se zeigt, dass es halt nicht wirklich ist. Also deswegen denke ich, dass sowas wie Work-Life-Balance, abgesehen, dass ich es als unter Anführungszeichen Trend sehe, weil du es halt sehr oft bei Jungen siehst eigentlich. Also ich glaube nicht, dass du oft hörst von unserer Elterngeneration, nenne ich es jetzt mal, dass die sagen, hey, ich bin jetzt, weiß nicht, 60, ich hätte gerne auch eine Work-Life-Balance. Nein, die kennen das nicht. Das gab es damals nicht und keiner hat sich aufgeregt. Keiner hat sich aufgeregt. Das ist heute so, weil vor allem noch jüngere als wir sind meistens, die gerade aus der Uni frisch kommen und denken, dass jeder auf sie gewartet hat. Ich sehe das ein bisschen als ein Luxusproblem, dieses ganze Ding. Ja, würde ich so unterstreichen und ist lustig, weil ich das auch oft verwende, dieses Wort Luxusproblem, ist es im Endeffekt. Ich weiß nicht, ob ich jetzt nach Bali oder nach Kapstadt fliege, wo ich entspannen kann. Also ist absolut ein Luxusproblem, aber es wundert mich auch nicht, dass diese Work-Life-Balance, dieses Thema so groß ist in unserer Generation und in der unter uns und in unserer Elterngeneration nicht so war, weil die Welt einfach eine andere war und der Input ein anderer war, den unsere Eltern bekommen haben und den wir bekommen. Und bei uns ist Social Media das Thema Nummer eins und das gab es damals nicht. Das heißt, unsere Eltern haben nicht gesehen, wer wo auf Urlaub ist, wer was ist, wie wessen Wohnung ausschaut, wer wen heiratet, alles, was jetzt in unser Gesicht geschmettert wird eigentlich, sondern wo ich auf Urlaub bin und wie mein Hotel aussieht, das wussten früher vielleicht meine engste Familie, nachdem ich die Urlaubsfotos zu Hause gezeigt hatte. Und jetzt wissen es 20.000 Leute. Also deswegen wundert es mich nicht, dass diese Work-Life-Balance so groß gemacht wird, weil man die ganze Zeit Input bekommt von Leuten, die du nicht mal kennst. und dass es da vielleicht sogar notwendiger ist, dass es Work-Life-Balance überhaupt gibt. Aber dann rührt es ja eigentlich so ein bisschen aus der falschen Ecke her, oder? Dann ist das ja nicht etwas, wo ich sage, ah, ich will Work-Life-Balance, damit es mir mental besser geht und ich frischer in der Arbeit bin und erholter bin und bla, bla. Dann geht es ja eigentlich mehr darum, hey, ich will mehr Freizeit haben und weniger arbeiten, aber das gleiche Geld verdienen, damit ich genauso ein geiles Insta-Life habe und irgendwo anders hinfliege. Aber das ist ja dann der absolut falsche Ansatz. A und B, komplett falsch kommuniziert, wie die Leute das ausdrücken, warum sie es eigentlich haben wollen. Ja, absolut. Also sehe ich auch so. Ich sehe, dass da irrsinnig viel ein bisschen in ein falsches Licht gerückt wird und dass gerade die jungen Menschen, also meine Schwester zum Beispiel ist 20, wo ich mir oft denke, ich will nicht, dass sie so ein Bild hat von Arbeiten, von Erwachsenwerden, von wie es schaut das Leben aus, wenn es ernst wird, dass das dann so easy geht und da mache ich ein bisschen Pause und da das, sondern und das versuche ich auch immer zu sagen und wenn ich mit ihr wo auf Urlaub bin, zum Beispiel fliegen wir jetzt am Freitag nach New York, ich werde dort arbeiten, aus Prinzip schon mal, damit sie sieht, Arbeit ist wichtig, damit sie mit mir dort in New York sitzt. Also das ist nicht blöd gesagt, ja, ich habe drei Fotos gepostet und kann mir sie in Urlaub leisten, sondern ich arbeite die ganze Zeit, damit ich diese Dinge dir ermöglichen kann, mir ermöglichen kann und das ist völlig normal. Also ich glaube, da muss man schon die Realität ein bisschen sehen und die sieht man einfach nicht auf Instagram. Also auch bei mir werden die Leute ein falsches Bild der Realität haben, obwohl ich immer sage, das sind 20 Prozent, die ihr seht. Obwohl ich sage, wenn ich einen Scheißtag habe, ich habe heute einen Scheißtag. Also ich probiere das wirklich durchsichtig zu kommunizieren, aber trotzdem ist mir völlig bewusst, dass die Leute trotzdem ein ganz anderes Bild haben von dem, was ich mache und deswegen ist das schwierig und deswegen umso wichtiger, dass man sich das selbst bewusst wird und dass man das selbst reflektiert und dass man es selbst ausprobiert und das machen aber immer weniger Leute, weil die sehen, ah, die macht das so, passt, ich mache es auch so. Obwohl, du kannst es nicht so machen wie die, weil du weißt gar nicht, was die macht. Klassisch selbst und ständig. Selbstständiger? Ja. Ja, vor allem, ich meine, was viele auch außer Acht lassen und ich habe das vor, ich glaube, Ende des Jahres, Ende letzten Jahres gelesen, dass die Gastro ganz groß dann aufgeschrien gehabt hat und gesagt hat, hey, schön, dass ihr euch das alles wünscht, aber es geht halt in der Gastro halt einfach zum Beispiel nicht. Ja. Zum Beispiel ein Part oder auf der Baustelle oder jemand von der Müllmagistrat. Ja. Also es geht halt nicht, dass die dann sagen, ja, okay, ich fliege jetzt auch auf Bali und hole halt nicht den Müll ab oder so. Also es gibt halt einfach die Rufen. Also ich sehe es bei mir auch in der Ergotherapie. Ich könnte jetzt nicht zu meinen Patienten sagen, du, ich bin jetzt zwei Monate weg, mach ein paar Übungen mit deiner Hand und wenn ich zurückkomme, schau mal, wie es ist. Also das geht in vielen Berufen nicht und ich meine, es geht auch wahrscheinlich in deinen Berufen nicht immer, weil du musst vor Ort sein, du musst was filmen, du musst in der Arbeit anwesend sein und kannst nicht zu Hause chillen und sagen, das Geld arbeitet jetzt für mich. Richtig, ich kann das schon machen, nur wird das Geld nicht dann für mich arbeiten. Ja, genau. Voll und das nächste Thema ist dann halt diese Vier-Tage-Woche. Da kann auch eine Gastro zum Beispiel sagen, ja, viel Spaß, wenn wir nach vier Tagen halt zusperren oder der Billa oder sonst was. Das macht halt dann auch niemand. Deswegen, ich verstehe schon, warum es in Österreich, ich meine, natürlich ist es immer nervig, dass die Öffnungszeiten sind, wie sie sind in Österreich und dass auch Sonntag zu ist. Ich weiß nicht, viele Touristen regen sich da drüber auf. In Berlin hat alles offen. Ja, ich finde es auch nervig. Das ist überall aus in Österreich eigentlich so gefühlt. Ich kenne es von Rumänien, Italien, keine Ahnung, die ganzen Südostländer, die teilen sich das halt irgendwie so ein, dass man am Sonntag einkaufen gehen kann. Und ich, ja, ich meine, suchen so viele Leute Arbeit. Ich glaube nicht, dass das jetzt so schwierig ist, aber ist halt genau das Gegenteil von einer Vier-Tage-Woche natürlich. Ich glaube aber nicht, wenn jetzt ein Bilder Montag bis Sonntag offen hat, dass da immer derselbe Mensch drinnen steht, sondern dass man das in Schichten zum Beispiel macht. Das stimmt natürlich, ja. Aber ich weiß nicht, ob das dann damit zu tun hat, dass die Arbeitseinstellung bei uns anders ist als in anderen Ländern oder es uns dann doch ein bisschen zu gut geht. Ja, es ist, glaube ich, das eine geht mit dem anderen einher. Also es geht uns zu gut, deswegen haben wir eine andere Arbeitseinstellung. Was ich, das ist das letzte Mal, nein, das ist nicht das letzte Mal, das ist schon eine Zeit lang her oder ich höre das vielleicht immer wieder bei dir, ist, dass man dankbar sein soll für das, was man hat und sowas. Finde ich grundsätzlich eine per se keine schlechte Einstellung in Nuancen. Sprich, für mich ist es ein bisschen schwierig zu sagen, oder was heißt schwierig zu sagen, aber ich bin doch der Grund, warum ich die meisten Sachen habe. Okay, Gesundheit außen vor gelassen, weil da kann man oft nicht mit eingreifen, weil vieles vererbt ist, vieles Außeneinwirkung, sowas, das kann man oft nicht mit Sport wegmachen oder Ernährung oder sonst was. Kann man was beitragen, aber aber nicht nicht komplett alleine machen. Aber zum Beispiel, wenn es jetzt um Arbeit geht, habe ich doch viel dafür gearbeitet und alles dafür gegeben, um da zu sein, wo ich bin. Ja. Wem bin ich dann dankbar außer mir selbst? Dir selbst? Also das ist wahrscheinlich, oh Gott, sie ist sich selbst dankbar, sie feiert sich selber, oh Gott. Nein, nein, ich bin da voll auf der Wende. Ja, ja, voll. Also das absolut, gut, also ich habe auch einer der, ich habe in meinem Coaching-Programm Arbeitsblätter, wo es immer Challenges gibt und im ersten Arbeitsblatt geht es sehr, sehr viel um Selbstbewusstsein, also sich kennenzulernen in dem jetzigen Moment, weil ich bin, ich sage immer, wenn wer sagt, ich kenne mich gut, ich habe letztes Jahr den Kurs gemacht und den Persönlichkeitstest, dann sage ich auch gern, das glaube ich dir letztes Jahr, aber das glaube ich dir nicht jetzt, weil das ist ein Jahr vergangen und in einem Jahr veränderst du dich viel. Aber das ist eines der Challenges. Erstens, Dankbarkeit aufzuschreiben, aber die zweite Challenge ist, schreib dir Dinge auf, für die du dich selbst feierst, weil das ist etwas, was viel zu wenig gemacht wird und was man immer wieder vergisst und natürlich, also da, wo ich jetzt bin, bin ich zu 100 Prozent selbstverantwortlich, aber ich bin dankbar dafür, dass ich in Österreich geboren bin. Ich bin dankbar dafür, dass meine Eltern irgendwas richtig gemacht haben, dass ich jetzt trotzdem die richtigen Werte vielleicht mitbekommen habe. Ich bin dankbar für meine Freunde in meinem Umkreis. ich bin heute dankbar gewesen, dass ich bis neun geschlafen habe, auch wenn ich es mir selber aussuche, aber ich hatte einen guten Schlaf. Also es gibt, ich bin dankbar, dass heute die Sonne scheint. Das heißt, natürlich sollte es dir bewusst sein, was du erschaffst, aber es sollte dir auch bewusst sein, finde ich, immer wieder, wie gut es einem geht. Und das heißt jetzt nicht, du darfst nie suddern, du darfst nie jammern, weil irgendwo haben Menschen auf der Welt Hunger. Also das ist uns allen bewusst, glaube ich. Natürlich. Aber ich habe mal ein interessantes Interview gehört von einer Person, die im Rollstuhl sitzt und im Rollstuhl gelandet ist und der wurde gefragt, wenn du jetzt in einer Woche aus irgendeinem Grund wieder gehen könntest, was würdest du über, nein, was sagst du im Rollstuhl über Menschen, die wegen jeder Kleinigkeit jammern, die jetzt sagen, oh Gott, jetzt muss ich zum Bus laufen, bla bla. Und er hat gesagt, wenn ich in einer Woche aus irgendeinem Grund wieder gehen könnte, würde ich in zwei Wochen über dasselbe jammern. Und das finde ich halt so gut, weil das ist menschlich. Das heißt, sich nicht dafür bestrafen, dass man immer so mit dem Blick nach unten sozusagen sein sollte und ja nicht zu viel feiern, aber sich auch bewusst sein, hey, ich habe das gemacht und ich kann stolz auf mich sein, weil das machen wir viel zu wenig. Wer feiert uns? Niemand. Also wer geht zu dir und sagt, hey, ich feiere, was du machst, du machst das Bombe. Zum Glück meine Freunde. Ja, das ist wieder dieses Umfeld, von dem wir vorher gesprochen haben. Natürlich, man schafft sich dieses Umfeld, aber jetzt, wenn ich jetzt irgendwann auf ein Event gehe und mich hinstellen würde und sagen würde, boah, ich feiere mich so arg, dann würde sich jeder denken, was stimmt mit der nicht? Und ich denke mir, was stimmt mit euch nicht? Warum könnt ihr das nicht sagen? Also da absolut, man kann sich selber dankbar sein und das kann man auch jeden Tag machen. Es passiert nichts. Ich meine, das ist ein bisschen, ja, toll. Ja, sehe ich ein. Aber ich glaube, es ist trotzdem auch ein bisschen, jetzt zum Beispiel, warum zu dir niemand sagt oder zu mir niemand sagt, der nicht in unserer Papel oder Freundeskreis ist, weil halt gerade zumindest in Österreich oder vielleicht im deutschsprachigen Raum, ich weiß nicht, wie es in anderen Ländern ist, aber da wird es wahrscheinlich nicht ganz anders, weil dort auch Menschen leben. Es verguntert einem schwierig jemand was anderen. Ja, glaube ich auch, aber ich verstehe es nicht. Also das ist etwas, was ich einfach nicht nachvollziehen kann und beziehungsweise ja, ich glaube, wenn man selber unzufrieden ist und da kommt wieder die Selbstbestimmtheit ins Spiel, weil ich mir denke, hey, ich habe mir das ausgesucht, du kannst es dir auch aussuchen. Natürlich Umstände, dies, das, aber ich glaube, von vielen Storys, Geschichten, Biografien wissen wir, egal von wo du kommst, du kannst trotzdem gewisse Dinge selber wählen und deswegen verstehe ich dieses Nichtgönnen absolut nicht mittlerweile, weil ich mir denke, jeder, der ein funktionierendes Gehirn hat, der reflektiert ist ab einem bestimmten Alter, ich sage mal, ab 25 wäre es schon cool, wenn man da ein bisschen in sich reinhören kann und wenn man da nicht gönnt, dann finde ich es wirklich traurig. Also das finde ich wirklich traurig und das verstehe ich dann nicht, weil ich mir denke, du suchst es dir aus, dass du nicht gönnst. Das ist nicht, weil du früher das nicht hattest, weil früher das war, bei mir war auch viel früher, aber das ist ja nicht jetzt, das war früher, das ist schon vorbei. Ich bin sowieso der Einstellung, dass vieles, weil das ist immer irgendwie so der klassische Spruch, wenn du bist heute so, weil in deiner Kindheit dies, was jenes passiert ist, das sehe ich nicht so. Ja, das sehe ich auch nicht so, absolut. Bin ich nicht der Meinung und es ist halt einfach ein menschliches oder Menschheitsding so, warum gibt es Kriege, warum gibt es dies, das, jenes, weil der Mensch einfach immer mehr Macht haben will als der andere, mehr Territorium haben will als der andere, mehr verdienen will als der andere. Also es gibt nicht dieses Gleichgestellte, selbst wenn man jetzt geht Frau und Mann gleichgestellt, ja, ich meine, das geht seit, ich weiß nicht, seit 20, 30 Jahren dieser Kampf oder länger, ich bin jetzt richtig schlecht mit Zahlen, ich kann noch 50 Jahre schon sein, I don't know. Genau so, ich nick einfach nur. Ich bin so verschützt. Ich kann das ja nicht sagen, seit wann Frauen BHs verbrannt haben und begonnen haben, für sich einzustehen. Aber das geht schon richtig lange und für viele hat sich offensichtlich immer noch nichts geändert. Einige sagen ja, viele sagen nein. Aber auch das ist ein relativ schwieriges Thema grundsätzlich, weil oft sind auch da, wie bei dieser Work-Life-Balance, die falschen Hintergründe dahinter oder die falsche Kommunikation oder viele machen es aus den falschen Gründen. Ja. Ich glaube nicht, dass sich das so schnell ändert. Ich meine, auch da ist wieder die Jugend, die jetzt nach uns kommen, sage ich jetzt mal, oder zweimal nach uns kommen, die, die damit aufwachsen. Wir sind nicht damit aufgewachsen, wir sind in einem Bild aufgewachsen, das wir in uns haben, welches auch immer das ist. Auch das geht nicht von heute auf morgen weg, so schad klingt. Aber, und ich glaube, das wird sich erst ändern, wenn, keine Ahnung, die große Elterngeneration weg ist, die Elterngeneration fast weg ist, und dann wird sich dieses neue Bild etabliert haben, also erst einmal in zwei, drei Generationen wieder, in den nächsten 20, 30 Jahren. Und diese Ansicht, von wegen, wir müssen heute alles ändern, das wird halt nicht passieren. Das ist ein schöner Gedanke, aber wird es halt grundsätzlich nicht spielen. Zurück zu erfreulicheren Themen. Ja. Oder vielleicht nicht unbedingt erfreulich, aber was ist dein bester Tipp? Um Nein sagen zu lernen. Vor allem als Selbstständiger ist es immer schwieriger, ein bisschen gefühlt, Nein zu sagen, zu Jobs oder zu sonst irgendwelchen Sachen, als wenn du Angestellter bist oder grundsätzlich jetzt auch außerhalb des Berufslebens, aber ist es als Selbstständiger, sei es ein Event, wo du vielleicht doch hingehen solltest, sei es ein Kunde, den du vielleicht doch mitnehmen solltest, etc. Wie gehst du damit um oder was ist dein Tipp dafür, um da die Waage zu halten? Es ist eine Mischung aus Kopf und Bauch. Also ich bin eigentlich ein irrsinniger Bauchmensch und wenn ich etwas gefragt werde, also der erste Tipp ist mal, lass dir Zeit mit deiner Antwort. Du musst nicht sofort antworten und wenn jemand etwas von dir will, dann kann der auch warten. Außer es gibt natürlich jetzt irgendeine Frist oder sonst was, aber sonst habe ich gemerkt und gelernt, ich muss erstmal in mich reinhören und das mache ich. ich höre mich rein und schaue, was für ein Gefühl gibt es mir jetzt, wenn ich Ja sage? Was für ein Gefühl habe ich, wenn ich Nein sage? Also ich versuche mich da wirklich rein zu versetzen, ich versuche mich auch oft mich dann vorzustellen in dieser Situation. Sagen wir jetzt mal, gehen wir vom Beispiel Event aus und ich sage, ja, ich versuche mich, mich vorzustellen auf diesem Event. Wie geht es mir dabei? Und wenn ich da negative Gefühle, Stress oder irgendetwas empfinde, dann sage ich einfach Nein, weil ich möchte mir dieses Gefühl nicht geben und ich kann es mir aussuchen. Ich habe den Luxus, dass ich wähle, Ja oder Nein zu sagen, also nehme ich mir auch Zeit dafür. Das ist dieser Bauchaspekt. Der Kopfaspekt ist, ist es wichtig für weitere Projekte? Ist es wichtig für das Business sozusagen? Ist es wichtig für mich? Bringt es mich weiter? Dann, finde ich, ist immer diese Überlegung, okay, was für ein Gefühl hast du, wenn es dich weiterbringt? Also ich versuche da immer ein bisschen zu mischen. Das heißt, wenn es wichtig ist für weitere Sachen, wenn ich da jetzt vorausschauend denken möchte, wenn ich weiß, okay, das wäre es wichtig, damit ich in einem halben Jahr das und das machen kann, dann mache ich es. Aber da geht es wieder um mich, also da schaue ich wieder, okay, was ist das Beste für mich? Das heißt, für mich ist das immer ein bisschen eine Mischung. Grundsätzlich, glaube ich, lernt man, Nein zu sagen, wenn man lernt, Respekt vor sich zu haben und das kann man erst machen, wenn man selbstbewusst den entwickelt, wenn man sich bewusst ist, okay, wer bin ich, für was stehe ich ein, was sind meine Werte, was sind meine Bedürfnisse, was brauche ich? Und dann kann man diesen Respekt entwickeln und dann fällt es einem auch leichter, Nein zu sagen und wenn man wegkommt von diesem, was denken die anderen? Weil ich hatte das früher absolut 100 Prozent, immer was denken die anderen, was könnte der denken? Vor allem als öffentliche Person. Vor allem als öffentliche Person, aber das hatte ich davor auch irrsinnig stark und da war es immer für mich, ich sage lieber Ja, weil die will sicher Ja hören, ich sage Ja. Also das hatte ich extrem stark und das hat sich irrsinnig geändert. Ich hatte das tatsächlich gar nicht mal so, das mit dem Ja sagen. Ich bin seit 15 Jahren, mache ich Projektmanagement, jetzt halt den kreativen Part dazu und da musst du halt immer gefühlt Nein sagen. Also das war damals mein Job, ich habe Geld dafür gekriegt, Nein zu sagen und das ist relativ gut hängen geblieben zum Glück, weil ich dann halt echt, nennen wir es egoistisch, keine Ahnung, aber ich schaue tatsächlich, ich habe das zum Glück sehr früh aus der Praxis lernen können. Denkst du, dass jeder glücklich sein kann? Schwierige Frage. Deswegen stelle ich sie dir. Ja. Ich glaube, es kann jeder glücklich sein, aber es kann nicht jeder immer glücklich sein. Es kann niemand immer glücklich sein. Ich habe es überlegt, weil natürlich, okay, wo wird man geboren? Wie sind die Umstände? Aber wenn man mal in gewissen Ländern gewesen ist, in Entwicklungsländern, ich bin seit ich denken kann, jedes Jahr in Rumänien zum Beispiel, was vor 20 Jahren auch noch ein bisschen anders war dort, aber man passt sich und wir Menschen sind sehr anpassungsfähig, wir passen uns unserer Umgebung, unseren Umständen an und in diesen Umständen können wir Glück finden. Also glaube ich, können tut es jeder. Ob es jeder will, ist wieder was anderes. Ja. Sehr gute Antwort. Was ist für dich glücklich sein? Es ist ein Gefühl. Also für mich ist glücklich sein ein Gefühl und dieses Gefühl ist ein sehr freies Gefühl. Ich glaube, ich kann es nicht beschreiben, weil es für jeden anders ist. Für jeden bedeutet glücklich sein etwas anderes. Für mich ist es einfach frei sein, in dem, wer ich bin, wie ich bin, was ich mache, was ich vielleicht auch habe. Das heißt nicht, dass das Glück von dem gemessen ist, was ich habe, aber einfach was umgibt mich, was ist in mir drinnen. Es ist einfach ein Gefühl. Es ist irrsinnig schwer zu beschreiben, was für mich glücklich sein ist, aber wenn du mich jetzt fragen würdest, ob ich glücklich bin, würde ich sagen, ja. Warum? Warum nicht? Es gibt für mich keinen Grund, jetzt nicht glücklich zu sein. Ja. Ja, ich glaube, glücklich sein ist echt schwierig zu definieren und zu erklären, weil auch das für jeden was anderes bedeutet. Ja. Absolut. Also ich glaube, allein wir beide auch, wenn wir beide selbstständig sind, in der relativ gleichen Branche arbeiten, heißt glücklich sein komplett was unterschiedlich ist. Ja. Und glücklich sein ist ja auch sehr von deinen Bedürfnissen und Werten abhängig und jeder Mensch hat andere Werte. Und wenn man, ich bin der Meinung, wenn man seine Werte kennt und seine Werte ausleben kann, egal ob im Beruf, Beziehung, Freizeit, Freundschaft, was auch immer, wenn man die ausleben kann, dann ist man glücklich und erfüllt, wenn man seine Werte vertreten kann. Und deswegen sage ich auch immer, wenn mich jemand fragt, was soll ich beruflich machen, dann frage ich immer, kennst du deine Werte? Weil wenn du deine Werte nicht kennst und einen Beruf machst, wo deine Werte unterdrückt werden, die du nicht mal kennst, dann kannst du nicht glücklich sein. Und deswegen bin ich auch bei der, egal was ich mache, ich schaue, ich checke immer mit mir ab, widerspiegelt das meinen Werten. Weil ich möchte meine Werte nicht unterdrücken, die sind mir wichtig, die machen viel von mir aus. Ja. Ich glaube, es sind leider viel zu viele Leute an einem Job, denen keinen Spaß macht, in keinster Weise und halt denken, dass es sehr sicher ist und deswegen einen Job machen, das heute aber immer wirklich zutrifft. Das ist eine falsche Sicherheit so ein bisschen. Weil was machst du dann, wenn du, keine Ahnung, 30 Jahre in dem Job sitzt, unglücklich und denkst, okay gut, aber ich habe ihn zumindest und dann wirst gekündigt aufgrund von Außeneinwirkung und dann hast du halt 30 Jahre unglücklich verbracht und musst erst recht was Neues suchen. Absolut, ja. Also für vieles kann ich ja Verständnis aufbringen, aber für jemanden, der in einem Job sitzt und unglücklich ist, kann ich das nicht. Ja. Weil gerade in Österreich ist der Arbeitsmarkt, zumindest aktuell, schwankt ja auch immer wieder, zurzeit ist der aktuell sehr gut. Ja. Es werden, vor allem werden Fachkräfte ständig gesucht oder seniorigere Leute. Keine Ahnung. Also ich kann das echt nicht und da sehe ich auch nicht, ja, aber ich habe eine Familie oder dies, das, jenes. Ja, aber wenn du in einem Job sitzt, wo du Geld verdienst, unglücklich bist, geht es der Familie actually besser, weil du nicht heimkommst wie der Äckste, weiß ich nicht was, und sauer bist und niemanden mehr sehen oder mit niemandem reden willst. Du kommst happy von der Arbeit und bist lockerer und alles cool. Also das ist ja auch ein Vorteil als Selbstständiger, weil wir suchen uns per se keine Selbstständige aus, die uns nicht taugt. Ja, absolut. Und ich glaube, dass das Problem ist, dass es viele Leute einfach nicht erkennen und das ist auch ein bisschen so meine Intention, die Leute darauf aufmerksam zu machen. Du verbringst einen Großteil deines Lebens, einen Großteil deines Tages, einen Großteil deiner Lebenszeit mit deiner Arbeit. Das heißt, wenn du eine Arbeit hast, in der du nicht glücklich bist, verbringst du einen Großteil deines Lebens unglücklich. was so unglaublich schade ist, weil zu leben, gesund zu leben, gut zu leben, ist so ein schönes Privileg und das dann so zu verschmeißen, was es ja ist, das finde ich so schade und deswegen sage ich auch, und das habe ich ja vorher auch gemeint, es jedem zu gönnen, zu erkennen, hey, ich habe dasselbe in der Hand, hey, ich könnte ja auch glücklich sein, hey, ich könnte den Großteil meines Lebens glücklich sein, hey, ich könnte den Großteil meines Lebens das machen, was ich gerne mache. Also das finde ich so wichtig und ich glaube, das erkennen so viele Leute nicht. So viele Leute sind unzufrieden und denken sich, hä, warum bin ich unzufrieden, ich habe einen Job und eine Familie und denken nicht weiter. Okay, aber wo bin ich unzufrieden? Könnte es vielleicht der Job sein? Und viele haben dieses sich jetzt denken und viele haben dieses Denken, ja, ich sollte dankbar sein, weil ich habe zumindest einen Job und ein Dach über dem Kopf, ja, klar, aber du darfst trotzdem glücklicher sein, als du es jetzt bist. Und das erkennen viele Leute nicht. Viele Leute muten sich es auch nicht an und gönnen es sich selber nicht, glücklicher zu sein, weil sie sich denken, ja, ich sollte froh sein. Und wie oft hört man das? Ja, beschwere dich nicht, kannst du froh sein, dass du überhaupt einen Job hast. Wenn man das die ganze Zeit hört, dann traut man sich gar nicht mehr, sich nach etwas anderem umzusehen, weil man sich schlecht fühlt, wenn man es macht. und da kommen wir wieder zum Thema sich selbst gönnen, sich selbst feiern. Wenn man das gesellschaftlich schon nicht so mitbekommt, von der Familie nicht so mitbekommt, dann sitzt man ewig in einem Job, den man nicht mag, weil man sich denkt, was Besseres habe ich nicht verdient, weil ich sollte glücklich sein. Fertig. Ich meine, ich verstehe schon, muss man klarstellen, dass nicht jeder alles machen kann, was er will. Ich wäre auch super gerne Pilot worden. Schwierig. Also ich kann jetzt nicht sagen, ich werde jetzt Pilot oder ich werde jetzt Arzt, nur weil ich es gerne wäre. True that. Aber du kannst trotzdem, und wenn es ist im Supermarkt hinter der Wursttheke, du kannst dich überall hocharbeiten, du kannst überall dich weiterbilden, du kannst überall mehr machen aus dir selber. Also und das ist dann halt echt. Und ich glaube, man muss ein bisschen weggehen von diesem Berufsbild, was möchte ich sein, also welchen Beruf möchte ich sein, sondern welches Gefühl möchte ich in der Arbeit haben, welche Werte. Und wenn ich jetzt von meinen Werten ausgehe und die Aufliste, dann gibt es so viele Möglichkeiten an Berufen, wo ich das ausleben kann. Das heißt, es gibt nicht, vorher kommt der Beruf, dann schaue ich, ob es passt, sondern vorher kommen die Werte und dann gibt es den Beruf und da gibt es so unendlich viel. Also ich glaube, man muss auch von diesem, festgefahrenen Bild, ich will das werden und ich will das werden, sondern hey, mir ist das wichtig, wo kann ich das ausleben? Mir ist es wichtig, mit Menschen zusammen zu arbeiten, Menschen zu inspirieren, trotzdem frei sein zu können, unabhängig sein zu können. Wo kann ich das alles machen? Ich kann es in der Ergotherapie, ich kann es in meinem Podcast, ich kann es auf Instagram, ich kann es als Mentaltrainerin, ich kann es in 100 anderen Berufen wahrscheinlich auch noch. Das heißt, wenn ich irgendwo unglücklich wäre, dann würde ich mir einen anderen suchen. Aber ich glaube, dass das wichtig ist, dass man nicht von diesem Fixbild ausgeht, sondern was ist mir wichtig, was kann ich gut, wofür brenne ich und was gibt es für Möglichkeiten? Aber ich glaube, da kommen mehrere Probleme auch leider dazu. Also alles, was wir bis jetzt gesagt haben, lege ich eins zu eins auf Personen ab, I don't know, sagen wir 25, aber die können für sich selber entscheiden, die sind alt genug, die sind im besten Fall, wie du schon gesagt hast, so ein bisschen stehen, schon im Leben und wissen, was sie wollen und alles. Aber wenn du jetzt jung bist in der Volksschule oder sonstiges, vieles kommt von den Eltern, vieles kommt aus der Gesellschaft. Also was sollst du machen, was ist ein angesehener Job, was nicht. Absolut. Weil wie gesagt, ich gehe auch davon aus, dass es super viele Leute gibt, deren Traumjob ist, zu sagen, hey, ich würde super gerne beim Billa Wursttäge machen, weil du siehst jeden Tag Leute, quatsch mit Leuten etc. Isst gerne Wurst vielleicht. Isst gerne Wurst, oder hantierst gerne mit Lebensmitteln grundsätzlich. Und also es gibt, glaube ich, für jeden Job jemanden, der sagt, das will ich unbedingt machen, aber es wird sehr schwierig mitgegeben. Also es wird eher, also mein allererster Job, meine Lehre, wurde auch von meinen Eltern quasi entschieden, weil ich in der HTL relativ, ich war immer schlecht im Lernen und die haben gesagt, nein, du machst jetzt nicht noch einmal die erste Klasse. Und haben gesagt, okay, gut, du gehst jetzt arbeiten und dann hat meine Mom gesagt, da schau, den Job, da bewirb ich jetzt, bautechnischer Zeichner und ich musste erst mal googeln, was das für ein Job überhaupt ist. Am Ende des Tages hat mich alles dahergebracht, wo ich heute bin, alle Hochs und Tiefs, aber auch, weil ich mich entschieden habe, in Richtungen zu gehen und Dinge durchzuleben, um dahin zu kommen, wo ich heute bin. Also der Start war sicher anderer, aber dieses ganze Projektmanagement-Ding, was daraus entstanden ist, war sicher auch kein schlechter, aber ich bin grundsätzlich ein organisierter Typ oder ein organisierter Mensch. Dementsprechend, das habe ich hier so ein bisschen in mir, aber trotzdem auch das wurde mir, ich würde nie wieder in die Baubranche gehen, aber es wäre mir viel zu langweilig. Ja, klar wird viel mitgegeben, aber du hast dich ja trotzdem irgendwann dazu entschieden, zu sagen, jetzt mache ich nicht mehr das, was meine Eltern sagen. Richtig, aber wie viele machen das dann? Viel zu wenige und das ist das Problem, weil man glaubt, man kann sich nicht entscheiden. Ja, bei mir war es früher so und deswegen, bestes Beispiel, ich komme aus einer durch und durch Musikerfamilie bis zu den Urgroßeltern. Mein Papa ist Komponist und Dirigent, meine Mama ist Geigenlehrerin, meine Oma war Posaunenlehrerin, Opa war Posaunenlehrerin, es ist Musik durch und durch, Onkel, Tanten, alle. Ich habe selber irrsinnig viele Instrumente gespielt von klein auf. Ich habe mit vier mit Geige begonnen, das heißt, es war immer so festgefahren alles und dann bin ich in der achten Klasse, in der Maturaklasse gesessen und hatte diesen Klickmoment, wo ich mir dachte, hey, du musst nichts mit Musik machen, du kannst doch was anderes machen und das ist eine Entscheidung, die man selber treffen kann. Wie gut kam das an? Es wurde eigentlich halbwegs gut angenommen, dann kam die Idee von meinen Eltern, die Ergotherapie zu machen und auch das kam mehr von meinen Eltern als von mir, weil ich war halt so lost, ich dachte mir, es gibt so fucking viel zum Studieren, keine Ahnung, was ich will. Ich wusste, ich will was mit Menschen machen, was Sozialeres, mich hat der Medizinbereich irrsinnig interessiert, für das Medizinstudium war ich dann auch zu, nicht faul, aber ist halt auch mühsam. Ist halt echt mühsam. Hätte mich interessiert, ich bin aber froh, dass ich es nicht gemacht habe, weil die Ergotherapie doch sehr viel menschlicher ist, würde ich jetzt mal sagen und ich habe es dann gemacht. Warum? Weil ich mir wirklich praktisch dachte, wenn ich jetzt ein Jahr Selbstfindung mache, werde ich sicher nie wieder studieren. Ich kenne mich einfach, ich muss am Drive bleiben und ich bin auch zur Ergotherapie auf eine Prüfung gefahren und habe ihm zugegoogelt, was ist Ergotherapie. Also das war nicht so, dass ich da, das ist genau meins, sondern okay, schauen wir mal. Hat dann gepasst. Schöner Zufall. Mache ich noch immer, macht mir noch Spaß. Aber es war trotzdem meine bewusste Entscheidung zu sagen, ich mache nichts mit Musik. Es war meine bewusste Entscheidung zu sagen, Ergotherapie ist cool, aber jetzt ist Zeit für was anderes. Das heißt, sei dir einfach bewusst, dass alles deine bewusste Entscheidung ist. Geh weg von diesem Fixed Mindset. Früher war das bei mir so, wir hatten nie viel Geld, meine Eltern sind geschieden, deswegen tue ich mir da jetzt schwer. Blödsinn, das ist deine Entscheidung und das klingt hart, aber so ist es einfach und die meisten Menschen wollen das nicht hören und wollen das nicht sagen, weil da sind sie ja selber schuld. Und wie blöd ist das, wenn wir selber an unserem Unglück schuld sind. Es ist ja viel cooler, wenn alle anderen schuld sind, wenn die Eltern schuld sind, wenn die Gesellschaft schuld ist. Deswegen ist es bei mir so und ich kann es leider auch nicht ändern. Und mehr zum Growth Mindset zu sagen, hey, ich kann es ändern. Es ist alles meine bewusste Entscheidung. Nur weil das früher so gewesen ist, heißt das nicht, dass es jetzt so sein muss. Und das ist natürlich viel zu wenigen Leuten bewusst, aber das möchte ich vermitteln und ich finde, das kommt auch immer mehr, gerade auf Social Media. Ich sage immer, Persönlichkeitsentwicklung ist einer der coolsten Trends, die es je gegeben hat auf Social Media, weil viele Trends sind einfach nur Bullshit teilweise. Aber das ist etwas, was viel mehr Leute lernen sollten und da gehört dazu, auch verantwortlich zu sein, wenn es mal nicht so gut läuft. Verantwortlich zu sein, wenn ich mal nicht glücklich bin. Das ist alles meine Eigenverantwortung, meine Selbstbestimmtheit. Ich finde tatsächlich ganz gut, dass du erwähnt hast, das mit die Schule auf sich nehmen, wenn man was entscheidet und sowas, weil ich sehe das auch so und ich verstehe das nicht, wie Leute das anders sehen können, weil wie pisst wäre ich, wenn ich was entscheide, weil jemand anders was entschieden hat oder mir gesagt hat, das ist die beste Entscheidung und dann funktioniert es nicht. Klar kann ich auf den sauer sein, aber dann hat man doch jemand anderes und dann bin ich erst recht noch mehr sauer auf mich, weil ich sage, ich wollte es ja eh anders machen. Also deswegen, ich bereue nichts, was ich entscheide, weil ich habe es entschieden, habe ich halt verkackt, was ist halt so, ja, next und fertig. Ich glaube, es erfordert einfach sehr viel Mut, es erfordert sehr viel Selbstbewusstsein und sind wir wieder beim Thema, mein Lieblingsthema, aber du musst, du solltest schon wissen, wer du bist, was du kannst, was dich ausmacht, damit du dann selbstbestimmte Entscheidungen triffst, weil wenn du nicht selbstbewusst bist, das heißt, wenn du dir nicht bewusst bist, wer bin ich überhaupt, wie sollst du dir dann vertrauen? Wenn ich mit dir jetzt auf die Straße gehe und sage, hey Dominik, vertraust du dem Typen da drüben, würdest du sagen, nein, den kenne ich nicht. Warum solltest du dir selber vertrauen, wenn du dich nicht kennst? Und selbstbestimmt zu leben, dafür brauchst du Selbstvertrauen, weil wenn ich mich nicht auf mich verlassen kann, dann mache ich lieber keine Entscheidungen, dann gebe ich lieber den anderen die Schuld, dann verlasse ich mich mehr auf den anderen. Aber wenn du dieses Selbstbewusstsein und dadurch dieses Selbstvertrauen hast, dann ist es eigentlich logisch, wie du sagst, um absolut easy für sich einzustehen. Das ist meine Schuld, passt, ich habe es verkackt. Next. Aber ich finde grundsätzlich, dass das, und ich weiß nicht, ob es an der neuen Generation liegt oder woran das liegt oder wo das herkommt, aber ich finde, dass die Society heutzutage überhaupt kein Selbstbewusstsein mehr hat und alles ist entweder, du kannst heute irgendwie nichts mehr sagen, das heißt, es ist alles schlecht, was du machst und wie du dich entscheidest und etc. alles ist schlecht, alles ist böse, alles ist intolerant. Nein, das nicht. Ich weiß nicht, also ich habe diese Diskussionen öfters tatsächlich zu dem Thema Weichsein in der heutigen Zeit oder nicht weich sein. und auch da ist es witzig zu sehen, dass ich großteils mit Freunden, die auch selbstständig sind, die da eh auf meiner Seite sind und Leute, die eher angestellt sind oder nicht für sich arbeiten oder nicht, ich nenne es jetzt den Hustle haben, den man als Selbstständiger hat, damit man halt weiterkommt etc. die haben dann echt diese unter Anführungszeichen weiche Einstellung und sagen, nee, das ist nicht gut und nee, Work-Life-Balance, nee, durcharbeiten ist nicht gut und etc. Nein, ich komme aus einer Zeit unter Anführungszeichen, ich mache mich jetzt gerade richtig alt, aber ich habe das noch so mitbekommen, wie ich meine Lehre begonnen habe, wie ich 16 war, das war vor 19 Jahren, da gab es Leistungsgesellschaften, mach viel und du kriegst viel. In Amerika ist das per se ja immer noch so, du kannst von der Garage zum Multimillionär werden, das gibt es in Europa nicht mehr, vorangegangen in Österreich nicht, ich weiß nicht, wie es im Rest ist, aber deutschsprachiger Raum und das finde ich echt nicht richtig, weil heutzutage ist es klar, okay gut, du gehst jahrelang in die Schule, du machst deinen Doktorat und was auch immer, dein Titel, aber in der Praxis schaut alles unterschiedlich aus als das, was du aus dem Textbuch lernst und das verstehe ich nicht, warum sich das geändert hat oder wieso es in die Richtung ging. Wieso es in die Richtung gegangen ist, keine Ahnung, ich würde wieder mal Social Media verantwortlichen dafür, böse Social Media, aber natürlich sollte man, und da kommen wir wieder zum Selbstbewusstsein, du solltest dir diese Dinge bewusst sein, du solltest das große Ganze sehen und wenn ich auf Social Media sehe, die macht so viel Freizeit, das ist so wichtig, die ist erfolgreich, passt, ich mache auch viel Freizeit, damit ich erfolgreich bin, nein, du siehst diesen Hustle dahinter nicht und deswegen finde ich es auch irrsinnig wichtig auf Social Media, wenn, dann bist du 100% authentisch oder zeig nicht deine, ich meine, jeder soll machen, was er will, aber denk daran, was du für ein Bild vermittelst, was die Jungen sehen, das finde ich irrsinnig wichtig und du hast eine Verantwortung auf Social Media und ich habe auch darüber gesprochen, weil ich so viele Fragen bekommen habe zu meiner Wohnung, kannst du da mal deine Wohnungstour machen? Nein, mache ich nicht, weil erstens, warum? For what? Nur weil wer neugierig ist, ja, ich will auch vieles wissen, aber ich muss halt nicht alles wissen und zweitens möchte ich nicht, dass sich jemand vergleicht und sich denkt, boah, wie hat die das jetzt, vielleicht nur durch Instagram, vielleicht nur durch den Podcast, man fängt sofort an zu vergleichen, zu überlegen, wie macht die das, warum hat die das und deswegen finde ich es nicht gut und deswegen finde ich es wichtig, einfach dir bewusst zu sein, wie es ist und nicht verblendet zu werden von diesem ganzen Social Media normal und das Zweite ist, was man einfach nicht außer Acht lassen sollte, weil du sagst, du verstehst nicht, wie es dazu kommen kann oder wie das jemand sagen kann oder wie jemand so denken kann. Wir haben alle unsere eigene Welt, wir sehen die Welt alle anders, wir haben alle eine andere Realität. Du sagst, schau, du hast es in der Lehre mit 16 mitbekommen. Jemand anderer hat es aber völlig anders mitbekommen. Jemand anderer hat es wieder völlig anders mitbekommen. Wenn wir alle drei auf dasselbe Bild schauen, sehen wir alle drei was anderes und jeder soll es so machen, wie er es für richtig empfindet. Viele leider haben zu wenig Bewusstsein dafür, sollten da auch mehr in die Tiefe gehen und reflektieren, aber ich finde, ich würde nie jetzt über jemanden schimpfen oder urteilen, weil der es anders sieht, weil ich mir denke, genau, der sieht es anders, der hat eine andere Brille, einen anderen Filter, der kann es nicht so sehen wie ich. Niemals. Der ist nicht in meinen Schuhen gegangen sozusagen, das sagt man ja oft und das trifft es absolut, der ist nicht in meinen Schuhen gegangen, der kann es nicht so nachvollziehen, wie ich es sehe. Und ich habe meine Erfahrungen und meine Glaubenssätze und meine Erziehung und meine bewussten Entscheidungen. Der hat ganz andere. Also natürlich, ich sehe es auch als Problem, dass es teilweise zu sehr in diese Richtung geht und ich betone es auch immer wieder, auch im Coaching, wenn es zum Beispiel in Richtung Manifestieren geht. Ich setze mich da jetzt auf die Couch und manifestiere mir einen Porsche für die Tiere. Cool. Wieso funktioniert das nicht? Ich sage immer, Manifestieren ist für mich eine Mischung aus Neurowissenschaft oder eigentlich Quantenphysik und eine Mischung aus Fleiß und etwas tun. Und wenn ich auf der einen Seite stehe und mein Ziel auf der anderen und ich bleibe hier und warte, bis das Ziel herkommt, kann ich lange warten. Das heißt, ich kann schon manifestieren und mir Dinge wünschen, aber ich muss auch darauf zugehen. Ich muss auch was dafür tun. Und das ist, glaube ich, das, was viele vergessen. Hey, ich muss auch selber was machen. Das funktioniert nicht nur durch Wünschen, Positiv Denken und Manifestieren. Vor allem bei dem Thema ist es oft, dass viele den Begriff verwenden, viel zu allgemein verwenden sind. Sie sagen, hey, ich manifestiere dies, das, jenes und da kommt dann sowas rein. Genauso wie, wenn du auf Instagram, du redest mit einem Freund über irgendwas, du siehst dann auf Instagram genau dieses Thema als Werbeanzeige oder sonstiges. Es ist aber nicht so, dass dein Handy zuhört, tatsächlich. Also das ist bewiesen. Dein Handy hört nicht zu. Aber in deinem Unterbewusstsein fallt es dir viel mehr auf. Das ist genauso, wenn du überlegst, ein Auto zu kaufen, siehst du das Auto ständig auf der Straße rumfahren. Und genauso ist das tatsächlich und viele nutzen dann, wenn sie was erreichen, oft vielleicht zufällig oder irgendwas Gutes passiert, was sie sich vielleicht manifestiert haben. Heißt das nicht, dass du dir Sachen wünschen kannst und sie passieren? Entweder hast du unabsichtlich das Ziel erreicht, oder es ist dir nur viel bewusster jetzt gerade in dem Moment, weil du es aktiv daran gedacht hast. Aber du musst immer irgendwas dafür tun, um Sachen zu erreichen. Ja, absolut. Also ich glaube, für mich ist es eine Mischung. Das geht jetzt nicht davon einher, dass ich da jetzt sehr esoterisch wäre, sondern dass es für mich einfach Sinn macht. Gedanken sind Energie, das ist wissenschaftlich bewiesen. Wir haben in Physik gelernt, Energie geht niemals verloren, sondern verändert nur ihre Form und wird irgendwann einmal manifest. Und das ist Manifestation. Das heißt, manchmal sehe ich, wo diese Energie hingeht und manchmal sehe ich es halt nicht. Aber es wird definitiv irgendwo hingehen. Und deswegen bin ich schon, also ich bin da sehr offen dafür, dass man in Form von Gefühlen, Gedanken und Bildern schon sehr viel an Realität erschaffen kann. Aber es ist diese Mischung aus ich erschaffe es mir durch Energie. Mir ist es bewusster, wie du sagst, ich sehe da viel mehr. Ich entscheide mich unterbewusst für Dinge, die mich da näher hinbringen und ich mache was dafür. Also das sind mehrere Komponenten für mich. Und was die meisten im Endeffekt machen, by the way, ist nicht manifestieren, sondern visualisieren. Die stellen sich das vor und fertig. Die fühlen sich nicht rein. Denen ist gar nichts bewusst, keine Konsequenzen, nichts. Die können da nicht mit allen Gefühlen reingehen, sondern ich will morgen so und so viel auf meinem Konto, schauen wir mal, ob es wirkt. Sehen dieses Bild fertig. Visualisieren ist, ja, es ist Träumen. Träumen ist cool. Ich bin auch absoluter Träumer, aber ich mache halt auch was. Also ich träume, visualisiere, manifestiere vielleicht und tue. Und das ist das, was viele vergessen. Ich finde das tatsächlich ein bisschen ein Trendwort, weil am Ende ist es ein Ziel. Ja. Nur klingt es wesentlich fancier, wenn man sagt manifestieren. Ja. Bei mir war halt auch das erste Persönlichkeitsbuch The Secret über vielen. Das habe ich mit 16 gelesen. Ich habe das nie gelernt. Oder auch nicht, es gab einen Film dazu, den habe ich auch nie gesehen. Den habe ich auch nicht gesehen, aber das Buch habe ich gelesen mit 16 und dachte mir so, nice, okay, passt. Dann fange ich mir mal an zu manifestieren. Ich bin doch nicht reich, aber das könnte ja noch werden. Nein, ich habe da irgendwie so eine kleine, natürliche Abneigung gegen solche, weil es schwingt dann immer, ob du sagst Ziel oder manifestieren, auch wenn es dasselbe am Ende des Tages rauskommt, es schwingt was anderes mit. Es schwingt dieses Träumen mit, dieser Wunschgedanke, dieses easy life Ding. Oder dieses Es macht es ein bisschen leichter. Nein, das ist nicht das, was ich meine. Für mich, wenn ich höre, jemand manifestiert was, denke ich so, hokus pokus. Also ein bisschen so, du wünschst dir was und hättest das gerne und versuchst es gerade so leicht wie möglich zu machen. Also das schwingt zumindest für mich als Feeling mit, weil ich halt immer sehr für das gearbeitet habe, was ich gemacht habe. Vor allem, weil ich einer bin, der nicht viel Hilfe annimmt. Das heißt, ich habe es mir absichtlich schwerer gemacht und steige auch oft gerne in Sachen, wenn ich etwas lerne, eine Stufe schwieriger ein als Anfängerlevel, um halt schneller zu lernen. Und ich weiß nicht, deswegen kann ich nicht so richtig Sachen, wo sich Leute es leichter machen, auch wenn es nur in Gedanken ist, kann ich dann nicht wirklich mit irgendwie mich identifizieren oder sowas. Ja, ich glaube, du bist doch mehr Kopfmensch. Ja. Ja. Und nein. Und nein, okay. ich entscheide sehr viele Sachen einfach random und sage dann, okay gut, entweder sage ich, das ist das Problem von Future Dominik und jetzt nicht meines oder ich sage dann, okay gut, hat halt nicht funktioniert. Das ist passiert. Also man kann nicht alles funktionieren. Deswegen, ich bin sehr strukturiert und sehr on point, weiß, was ich will und wie ich da hinkomme. Aber vieles mache ich auch ein bisschen mal schauen, wie es geht. Ja. Ich denke mir immer, wie du hinkommst, ob du glaubst, das war Manifestation oder harte Arbeit. Im Endeffekt, solange du dein Ziel erreichst, ist es ja okay. Das ist wie, wenn man das weit ausholt, wie mit, an was glaube ich an Gott, an Allah, an das Universum, an gar nichts. Mach es, wie du willst, wenn es dir hilft. Solange es mich nicht stört, solange es mich nicht einschränkt, das ist mir eigentlich völlig egal. Ja, ich glaube, ich habe da eine relativ eigene Einstellung grundsätzlich, weil halt Erfahrung, sage ich jetzt mal. Gibt es für dich einen Ort oder was ist der Ort für dich, wo du sagst, da kann ich hingehen, da kann ich immer refreshen, da kann ich mich immer auftanken, da kann ich immer meine kreative Energie aufladen, da kann ich, das ist mein einer Ort, der für jede Situation gut ist. Gute Frage. Der kann überall sein, der kann bei dir zu Hause sein, der kann im Gym sein, der kann in New York sein, irgendwas mit hohen Gebäuden sein. Also ich glaube, bei mir ist es tatsächlich, wenn ich jetzt nur von Wien aus gehe oder von Österreich, ist es tatsächlich der Ort, wo ich boxen gehe, weil Boxen für mich etwas ist, wo ich eine Stunde lang komplett fokussiert bin und den Kopf absolut frei bekomme und egal, wie es mir geht aus, ich bin krank, aber sonst egal, wie es mir geht, tut mir das absolut gut. Also das ist, glaube ich, bei mir ein bisschen das Boxen. Es gibt eine Person, bei der es auch tatsächlich so ist, wo ich immer hin kann in jeder Lebenslage, also für mich, wo ich das Gefühl habe, dass das würde mir jetzt gut tun und wenn ich jetzt auf die ganze Welt ausgehe, dann tatsächlich, weil du es gerade angesprochen hast, New York und das wird auch sehr, sehr spannend jetzt die Woche, wenn wir hinfliegen, weil für mich New York nach einem sehr verändernden Lebensabschnitt ein Ort gewesen ist, der mich aufgefangen hat, wo ich irrsinnig viele Erkenntnisse hatte und der für mich auch immer aufgrund dessen, es war nicht mein erstes Mal, aber das war mein erstes Mal ganz alleine dort und vor allem das längste Mal dort, ich war einen Monat, der Ort, mit dem ich das immer verbinden werde und immer besonders deswegen sein wird. Ich war tatsächlich noch nie in New York, muss ich zugeben. Ich bin auch eher ein bisschen so eher L.A. Typ, glaube ich. Ja, L.A. ist halt auch geil. Verstehe ich. Lieb ich. Für mich war das ein recht, was heißt recht, es war ein sehr, sehr interessantes Gespräch. Finde ich auch. Sag noch mal, was steht an außer New York in nächster Zeit? Was sind die nächsten Projekte? Was kommt Spezielles auf dein Podcast demnächst? Was kommt nach New York? Also, beruflich gesehen habe ich dieses Jahr einiges vor, wo ich noch nicht so viel erzählen möchte. Was ich sagen kann, ist, ich möchte etwas herausbringen, was ich selber sehr, sehr gerne nutze, was auch meine Coaching-Girls schon wissen und was mir ein Anliegen ist, weil es wichtig ist, das steht auf jeden Fall im Programm, es wird sehr, sehr viel mehr in Richtung Mentaltraining gehen, es wird sehr, sehr viel mehr Angebote geben, was man da alles machen kann. Vom Örtlichen her habe ich jetzt noch nicht allzu viel geplant, bewusst, weil ich nicht gerne plane. Das heißt, es wird eher sehr, sehr spontan, vielleicht im März nach Barcelona, im Juli weiß ich, dass ich am Greater Festival in Köln bin und in London das erste Mal. ansonsten ist da noch nicht sehr, sehr viel geplant. Ich habe mir dieses Jahr auf jeden Fall vorgenommen, dass es absoluter Fokus auf Arbeit wird und absoluter Fokus auf meine Fitness sozusagen. Das heißt, da möchte ich sehr, sehr viel rausholen, weil das letzte Jahr ein sehr spaßiges Jahr gewesen ist, was jetzt Reisen, Ausgehen, Leben betrifft. Das habe ich sehr genutzt und dieses Jahr wird absolut im Fokus stehen für mich und ich freue mich schon mega drauf und ich bin jetzt schon gespannt, wo ich Ende des Jahres stehen werde, weil ich habe keine Ahnung. Also ich lasse mich da immer ein bisschen ganz selbst überraschen und mache halt alles, was ich machen kann und alles, was ich nicht kontrollieren kann, kommt. Da bin ich sehr gespannt, ich werde das auf jeden Fall weiter verfolgen. Anna, danke für deine Zeit. Danke dir auch. Ich habe mich sehr gefreut, wie gesagt, diese Themen grundsätzlich, weiß ich, dass ich da andere Ansichten als andere habe. So unterschiedlich waren sie dann tatsächlich gar nicht, als ich dachte, muss ich zugeben, also viel über dich gelernt. Sehr, sehr cool. Bist du jederzeit gerne wiedergesehen. Dankeschön. Ich freue mich drauf. Viel Spaß in New York. Komm gut wieder heim. Werd ich machen. Bis bald. Thanks for tuning in to Creatives Hour Club with host Dominic C. Fennec. Remember to subscribe on Instagram, YouTube, and Spotify for more. babb continues. Bye-bye. Ich weiße, zu 잡아. Ich weiße, Monsieur Eyrip